Hier ist der Kehrbär, wer unsere Schublade ausräumt. Kehrbär, was machst du denn da? Ich dachte, du hast das Herz am rechten Fleck, wieso räumst du denn dann unsere Schublade aus? Nein, 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 stink nicht mal, fragt Timmy. Es wird jetzt nicht in den Kühlschrank gestiegen. Timmy, es wird nicht in den Kühlschrank gestiegen. Timmy, wir steigen jetzt nicht in den Kühlschrank. Wir gehen nicht in den Kühlschrank, habe ich gesagt. Nein, der Kühlschrank ist nicht dein Zuhause. Wieso, ich bin mir so überlegen, was ich auf die Sandwiches tue. Der Kehrbär möchte unbedingt in den Kühlschrank. Der Kehrbär möchte unbedingt in den Kühlschrank. Hehehehe. Jetzt ist der Kühlschrank leider zu, Kehrbär, jetzt kommst du da nicht mehr rein. Dann wird halt weiter die Schublade ausgeräumt, geil. Das ist mir ja wurscht. Ich bin noch genug drin, was man rausschmeißen kann. Danke. 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 Danke.